was geht ab meine lieben freunde mein name ist secco und willkommen zu santiago's adventskalender nächste tüchen ich wünsche euch alle viel spaß mal gucken was sich dahinter verwirkt in diesem moment 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 auch gut der erste es gibt momente im leben in denen es einfach ratsam ist den verzicht auf studentenfutter zu bevorzugen erst recht dann wenn sich die scheiß tüte nicht öffnen lässt läuft der tod eines geliebten hundes ist oft nur schwer zu ertragen fühlt sich so an als würde sich der schmerz allmählich von innen nach außen fressen bis man regelrecht verstummt und sich schon bald im berühmten schwarzen loch befindet wenige minuten später weniger minuten später wenn wir lernen zu akzeptieren dass dinge geschehen die nicht in unser realitätsschema passen wird es uns früher oder später leichter fallen mit übernatürlichen ereignissen umzugehen wir waren fleißig ich hoffe es ist alles gut geworden und das sehr zufrieden ist weil das das wichtigste ja sehr schön sehr freue ich mich danke dir ja auch